So, hey Leute! Ich bin jetzt auf dem Weg zum Friseur und es ist einfach so, so krass, weil ich schon seit 5 Jahren nicht mehr beim Friseur war. Und ich bin einfach so aufgeregt. Viele fragen sich jetzt sicherlich, was ich mir machen lasse. Und zwar werde ich mir Balayage machen lassen. Ich habe jetzt zwar hier schon unten, also ein bisschen den Übergang, ein bisschen blonder, aber das ist wirklich komplett alles von der Sonne und sieht auch schon ein bisschen rausgewachsen aus, sage ich jetzt mal. Genau, deswegen bin ich so gespannt und ich bin echt aufgeregt, wie das wird. Ich bin echt so, so aufgeregt. Übrigens hoffe ich sehr, dass ich dort filmen darf. Das muss ich alles dann dort noch abklären. Aber ich hoffe es einfach so. Werdet ihr dann ja spätestens erfahren, wenn das Video hochgeladen ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.